Alle Menschen auf dieser Welt haben fundamentale Bedürfnisse. Alle Menschen auf dieser Welt brauchen etwas zu essen, alle Menschen auf dieser Welt brauchen etwas zu trinken, ein Dach über dem Kopf, Kleidung. Also wir haben alle gemeinsam ganz fundamentale, tiefgehende Bedürfnisse. Wir haben aber nicht nur materielle Bedürfnisse, wir Menschen haben auch spirituelle Bedürfnisse. Menschen sind spirituelle Wesen und brauchen Nahrung für ihren Geist, Nahrung für ihre Seele und haben ganz unterschiedliche Wege gefunden, diese Nahrung für sich aufnehmen zu können. So wie alle Menschen etwas zu essen brauchen, also physische, materielle Nahrung brauchen Menschen auch so etwas wie geistige Nahrung, spirituelle Nahrung. Und in diesen Teilbereich hinein fällt auch die Tatsache, dass wir auf dieser Welt eine Fülle an Religionen haben. Maria Montessori selber hat als Italienerin ganz klar zuerst einmal katholisch gedacht. Man muss immer denken 1870 bis 1952 und Italien geboren, da kann man nur katholisch gewesen sein. Aber ihre Vision einer vereinten Welt war eine, in der Menschen ihre unterschiedlichen spirituellen Zugänge, ihre unterschiedlichen religiösen Zugänge genauso nebeneinander leben können, wie sie ihre unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten oder ihre unterschiedlichen Bekleidungsgewohnheiten nebeneinander leben können und nachvollziehen können. Das heißt, aus der Sicht der Montessori-Pädagogik hat jeder Mensch einen individuellen, spirituellen Zugang und das kann ein konfessioneller sein oder ein nicht konfessioneller. Und es ist daher die Aufgabe der Montessori-Pädagogik Menschen so zu begleiten, dass sie den Respekt vor allen unterschiedlichen Wegen des spirituellen und religiösen Lebens selbstverständlich leben können und verstehen können. Und in der Unterschiedlichkeit, in der riesigen Unterschiedlichkeit unserer spirituellen Antworten trotzdem das gemeinsame Bedürfnis nach spiritueller Nahrung sehen. Das heißt, Montessori und Religion schaut in jedem Kontext anders aus, in jedem Land anders aus und schaut ein Stück weit in jeder Gruppe anders aus, weil es davon abhängt, mit welchen Menschen leben wir gerade. Also Religion im Sinne einer organisierten Form. Das ist etwas, was für Schulkinder sehr spannend ist, weil sie einfach sehen, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Religionen entwickelt und es gibt auch Material dazu. Also wenn wir mit Schulkindern arbeiten, haben wir auch so etwas wie Materialien zu den Weltreligionen, Materialien zu unterschiedlichen Philosophien in der Menschheitsgeschichte. Aber auf einer tieferen Ebene geht es um das Anerkennen der spirituellen Bedürfnisse neben den materiellen Bedürfnissen. Und das ist das, was wiederum in der Tiefe Montessoris Friedenserziehung ausmacht. Die Vielfältigkeit der Antworten zusammenzufassen im selben tiefen Bedürfnis.